Moin und damit herzlich willkommen zurück Ach, willkommen zurück, ne falsch Willkommen zu einem neuen LP Und zwar Planet Crafter Wir spielen mal ein, zwei Folgen an Das ist doch ein bisschen laut Danke Und ja Wir werden einfach mal Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten Deine Mission ist es, den Terraforming Prozess dieser Welt voranzutreiben Erzeuge dazu O2, Hitze und Luftdruck Erreiche zuerst 175 Ti und erschaffe eine neue blaue Atmosphäre Alles klar Sentinel Corp Äh Ja Hallo Okay, wir gucken mal Kobalt Eigentlich ist es ja so Wenn du sowas spielst Kohle Kohle Ich weiß vielleicht nicht, wozu wir Eis brauchen Erste Schritte Ja Gut Wir schauen mal rein Ach guck mal Ausrüstung Wo können wir denn hier bauen Äh ja, wenn du mir jetzt noch sagst, wo wir bauen können Dann ist das noch geiler Gut Aber Wir schauen mal Gucken Äh Okay Ja, 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 ja Ich seh's, ich seh's, ich seh's Gut Ach, hier, guck mal Was, 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 was Sauerstoffkapsel Huh Scheint wichtig zu sein Was haben wir hier Jetzt brauchen wir dann Silizium noch eins Taschenlampe Rucksack Oh, ja Ja, ein Rucksack ist immer wichtig Haben wir hier Sauerstofftank Zweimal Kobold Okay, das heißt Wollen wir gehen nochmal hier irgendwo Irgendwo Hier das Inventar Gut Das können wir noch gar nicht Ach, zum Konsumieren Alles klar, Brudi Okay Das heißt, wir brauchen jetzt noch einmal Silizium Und zweimal Kobold Kobold Ja Silizium Was haben wir hier? Na Perfekt Was haben wir hier? Ne, ich weiß noch nicht, ob wir das brauchen Kobold Ja, Eis nehmen wir auch mit Nochmal So Wir nehmen jetzt mal alles gut, was wir finden Gibt So Aufnahme läuft Das ist top Was haben wir denn hier? Lagerkiste Samen Weltraumnahrung Wasserflasche Sauerstofftank Okay Ähm Das da Danke Sauerstofftank Eins So Den aus Wir aus Den aus Aha Jetzt können wir also bauen Wie bauen wir? Ich drück mal Hier irgendwie Bild auf der Taste Aber irgendwie Aha Eisen Und die Dorn Okay Hier Magnesium Wir brauchen Eisen Hier haben wir Eisen Titan Okay Okay War ja schon Zumindest gut zu wissen Gib Danke Ne Warte Ne Wie war denn das? Verdammt Nicht Das ist das erste Mal Dass ich in dieses Spiel reingucke Ewig gefühlt In 13.000 Jahren So Dahin Toll Uns fehlt noch ein Titan Da Jetzt ist Eisen Warte mal So Ein Titan fehlt uns noch Ne Was? Titan Gut Nee Ich werde das noch hinkriegen So Top Was können wir Was brauchen wir? Fundament Okay Das heißt Wir bräuchten Rein theoretisch Das braucht Eisen Eisen Wir brauchen Eisen Haufenmenge Eisen Wir machen mal unser Ach da Machen wir unseren Unser Inventar Ja Warnung Nicht genügend Energie Bruder Was für Energie Okay Muss ich jetzt hier noch drauf achten Dass wir noch genügend Energie haben Oder was? Was ist hier? Silizium Nee Achso Wie voll Nehmen wir mal eine Wasserflasche mit Magnesium Ähm Heizung Windkraft Wind Bohrer Den könnten wir bauen Um CO2 Oder um O2 Herzustellen Herstellungsstation Brauchen wir noch ein Silizium Aber ich würde gerne Also Ja Alles klar Die Frage ist Snappt das da jetzt an? So Müssen wir das denn hier so Wir knacken das mal hier hin Das schwebt Das war bestimmt so nicht vorgesehen Können wir irgendwie abbauen? Natürlich nicht Verdammt Ne Das ist das falsche Magnesium Ob das falsche Verdammt Silizium Eisen Kobold Inventar voll Gut Wir müssen glaube ich bauen Dann bauen wir Dann bauen wir Eine Windkraftanlage Jetzt sind wir einfach da oben rauf Wenn das geht Nee geht nicht Guck mal Die muss einzeln stehen Okay Können wir noch eine bauen? Wir können noch eine bauen Top Bohrer Bräuchten wir Eisen Für Oh Gott Brauche ich rein So Das einmal Was haben wir hier? Titan Was könnten wir jetzt noch bauen? Wir brauchen Eisen Zweimal Eisen bräuchten wir Nehmen wir das Silizium Da brauchen wir keine Was brauchen wir? Eisen Kiste Meins Was ist denn nun kaputt? Was ist das? Bist ganz schön dicht Kollege So Super schnell Vor uns hier was haben wir uns Hey Okay Hier eine Herstellungsstation. Acht du Arntzes. Wie viel Eisen haben wir denn noch? Eins. Nochmal. Jetzt haben wir noch eins hin. Fix hier rüber latschen. Acht du Arntzes. Juch. Den einmal. Den einmal. Okay. An sich sieht das ja schon mal schön aus. Bin mal gespannt was uns hier noch zu erwartet. Ich will das wieder abreißen. Das sieht mal verlässlich aus. Also mal irgendwie. Achso. Irgendwie immer das falsche. So. Äh. Sauerstoffenergie. Ah. Okay. Was haben wir hier? Exoskelett. Oh. Yeah. Danke. Ne, warte mal. Falsche Taste. Das ist geil. Was haben wir hier noch? Eisen und Magnesium. Rucksack. Den können wir nicht verbessern. Klapp. Obwohl, könnte man zwei Rucksäcke aufsetzen. Das ist jetzt gerade die Frage. Eigentlich müssten wir das mal ausprobieren. Eisen. Drei Eisen. Und ein Magnesium. Ah. Wir haben noch da hinten so eine starke Kiste. Wir gucken da nochmal rein. Da müsste doch irgendwas drin sein, was uns helfen kann. Mach mal auf. Titan. Einmal. Einmal. Zweimal. Ach. Verflucht. Wir müssen. Ne. Das ist Silizium. Brauchen wir nicht. Titan. Auch nicht. Äh. Kannst du nichts mit anfangen. Auch nicht. Kobalt. Eis. Eis. Nein. Oder ich brauche Eisen. Oh yeah. Boink. 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 Also wir produzieren schon mindestens schon mal Strom. Ich will das mit dem Rucksack ausprobieren. Probieren. Probieren. Erstmal bauen wir. Ach. Wir brauchen noch machen. Warte mal. Gib mal her hier. Gib. Natürlich nicht. Fuck. Kann man den. Silizium und Magnesium. Also das heißt. Wir brauchen jetzt. Zeig mal Magnesium. Einmal Silizium. Magnesium. Das nehmen wir auch mit. Und jetzt Silizium. Eisen. Titan. Robolt. Eis. Eisen. Silizium. Einmal. Haben wir auch mit. Titan. Weiß ich nicht. Brauchen wir das jetzt noch. Wo ist denn das? Eisen. Titan. Eisen. Silizium. Okay. Und zurück. Wir schauen mal. So. 24, 25 TI. Das. Das denke ich mal gut. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Wir wollen bauen. Was wollen wir jetzt bauen? Den Mikrochip. Wir zerlegen. Sauerstofftank 1. Haben wir schon. Haben wir? Haben wir. Ach Gott. Warte. Warte. Gib mal her. Cool. Ja. Geil. Krieg ich es echt nur wieder. Warte mal. Ich muss den mal kurz droppen. Geht nicht. Na gut. Rucksack. Sauerstoff. Exoskelett. Haben wir. Gut. Dann bauen wir. Ja. Das verbrauchten der Bohrer. Luftdruck 0,2. Energie 1,2. Energie 0,5. Wir bräuchten. Wird schon Terraforming. Energie Baupläne. Energieverbrauch. Der ist wichtig. Kann man den irgendwie drehen? Jo. Knacken wir den mal da unten ran. So. Wir haben Verbrauch 1,25. Und produzieren tun wir 3,6. Das ist doch schon mal gut. Das heißt wir könnten uns. So einen Bohrer hierhin stellen. Irgendwo. Stellen wir mal hier hinten hin. Wieso? Ich weiß gar nicht ob das was bringt. So. Und jetzt? Mach mal. Passt schon. Können wir. Können wir. Können wir. Können wir. Können wir. So. Wir setzen hier noch eins hin. Also. Haben wir noch ein Eisen? Ein Eisen haben wir noch. Heizung. Erzeugt Wärme. Okay. Das heißt wir bräuchten. Iridium. Was gibt's hier? Dunkel. Hä ist das so? Ach verflucht. Was machen wir denn mit? Ich glaube ich weiß was wir damit machen. Ach da. Da war die. Die andere ist ja voll. Stimmt aber was? Hehehe. Eisen. So. Ähm. Rucksack rein. Was hier? Das hier. Oh oh. Ja ja. Ja ja. Ach guck mal. Ich weiß was wir bauen. Wir brauchen Silizium. Zweimal Silizium. Und. Noch einmal Eisen. Zweimal Silizium. Einmal Eisen. Eis. Kobold. Verdammt. Was haben wir hier? Uh. Zweimal Silizium. Einmal Eisen. Eis. Da ist es. Gut. Ja. Wie gesagt das soll nun mal angetestet sein. Einfach nur mal so. Fakt machen wir auch mehr. Mal gucken. Ich schaffe einen blauen Himmel. Decker. Was bin ich denn? Ein fucking Forscher oder was? Was? Ach du ernstes. Hi. Es ist nicht der. Aha. 300. Dann haben wir Rucksackstufe 2. Was? Doppelbett. Oh. Oh. Okay. Okay. Bulli. Äh. Wir werden beschossen. Wir bleiben mal da hinten. Das scheint irgendwie sicherer zu sein. Okay. 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 Weiß ich nicht, wie das da war. Dopp. Ja. Dopp. Bitte. Lass das. Ob es dafür irgendwas Schönes gibt. Wie. Weiß nicht so. Aber wir gehen mal gucken. Alter Schwede. Ist ja gut. Entschuldigung, dass ich hier den Planeten abbau. Aber das muss sein. Mitgenommen. 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 wow cool echt geil kann man was raus aus dem müll voll cool also echt kann es ja wohl nicht geben wir zurück was ist das aluminium ich hab nichts gesagt so brauchen wir mal mal gucken so herstellen bildschirmfortschritt heizung die heizung ich hab ich hier nicht gesehen das ist eisen magnesium sauerstofftank 2 gut den brauchen wir mal ganz schnell zurück gucken was wir gebrauchen was macht der bauer zum kugel außer uns strom klauen das da das ist sauerstofftank ein silizium titan silizium und titan ich hatte doch irgendwo silizium gesehen den können wir definitiv gebrauchen so die frage ist wo kriegen wie iridium war das genau von bohren vielleicht wir gucken gleich mal wir machen uns jetzt hier erstmal sauerstofftank 2 ich bin so behämmert noch den im könne money auf 200 das geht jungs das wächst ja ist ja cool mehr höher weiter Wärme Luftdruck 4,8 200 ach das schalten wir mit sauerstoff frei oder wie aha okay 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 warte Luftdruck wohnstab wohnabteil fenster bohrer t2 wohnabteil glas kommunikationsabteil ähm man das da einfach heransetzen kann wir brauchen titan und Und ein Eisen. Piss dich. Lass mich in Ruhe. Ja, oben drauf will ich das nicht. Oh yeah. Ja. Gut. Bin ich schon wieder? Was soll denn jetzt? Was soll denn jetzt? Komm mal, ja. Tusteln. 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 Was? Was? Gut, dass sie hier auf mich rauf fallen. Tikan. Das Bett. Wo kriegen wir den Stoff leer? Ich bleib jetzt hier hinter. Das ist mir, glaube ich, ein Stück sicherer. Bist du jetzt fertig da hinten? Kann ja wohl nie wahr sein. Macht hier einen Krach der Typ? Ich glaube Magnesium war das, ne? Sollen wir Magnesium? Wir gucken mal. Aber das ist schon mal zumindest cool, dass sie aneinander snappen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich die Bildschirme nochmal abbauen und irgendwo anders ansetzen. So. Cool. Das wäre der Licht. Okay, warte mal. So. Weißt du was? Die setzen wir einfach mal hier hin. Weißt du was? Der Große kommt da hin. Da haben wir die kleinen. Hey. Der soll doch da ran. Kann der denn echt nur auf dem Boden? Das ist ja doof. Äh, warte mal. Schreibtisch. Das wäre jetzt wie es, wenn wir... Wir müssten wieder ein Eisen suchen, ne? Zwei. Weil wir haben... Warte mal. Genau zwei Eisen. Hey. Obwohl das eigentlich... Doch. Wir machen das. So. Falsche Taste. So. Hä? So. Zwei Eisen bitte. Ach stimmt. Wir wollten gucken was hier noch. Luftdruck. Ein Eisen. Noch ein Eisen. Äh. Äh. Das war falsch. Ich merke mal das noch. Auf die rechte Maustaste zu drücken. So. Zwei Eisen. Das heißt... Rucksack. Oh yeah. Wir bauen aber jetzt hier erstmal... ...Fälschirm Nummer 1. Und... ...Fälschirm Nummer 2 hin. Na. Gut. Terraforming 306. Wir sehen das hier auch oben. Oben rechts. Hauptsache wir sehen den anderen Scheiß hier. Sauerstoff. Wir haben ja Luftdruck. Luftdruck. Warte mal. Herstellen. Rucksack. T1. Ein Eisen. Silizium. Titan. Oh ja. Haben wir. Wir haben den Rucksack. Wir brauchen... What? Eisen. Silizium. Titan. Okay. Eisen. Silizium. Titan. Den machen wir noch. Eisen. 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 Silizium. Silizium. Und... Titan. Dürfte der sein. Rein. Und den Rucksack haben wir ja schon mal. Also... Passt das. So. Letzte Amtshandlung für heute. Und danach gehen wir mal... Ich hatte hier nach oben irgendwo was gesehen. Gehen wir mal auf Reisen. Hup. Hup. Ja. Wir haben... Ach ja. Stimmt. Das brauchen wir ja ein Inventar. Ne? So. He he. He he. He he. Und... Jawoll. Guck mal. Jetzt passt noch mehr rein. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und reingehauen.